Wie lange warst du ein Sklave Roms? Fünf Jahre. Wie ist dein Name? Ben Hu. Meine Familie wurde von meinem Bruder betrogen. Ich werde ihn nicht ungestraft davon kommen lassen. Es gibt einen Weg. Besiege deinen Bruder in der Arena. Dann bekommst du deine Rache. Du hättest nicht kommen sollen. Du hättest mich töten sollen. Die Menschen würden dir folgen. Ich würde dir folgen. Lass sie eine Schande spüren, die sie verstehen. Ich beginne eine Revolution und befreie uns alle. Nun, wie gefällt dir das, Bruder? Komm schon! Los!